Aliste Aliste ist eine kleine Gemeinde der Provinz Lecce, in einem Tal zwischen zwei angrenzenden Hügel, das Ost- und das sogenannte Küstenhügel, liegend. Das westliche Stadtgebiet hat geringfügige Anhöhen, deren höchste Punkt, Madonna dell'Alto, also der Anhöhe, wegen einer alten Kapelle genannt wird, die im ersten Jahrhundert von den Basilius München gebaut wurde. Der Name Aliste leitet sich aus dem Wort Ali auf Deutsch Flügel ab, die sich dem Erzengel Michael beziehen. Laut einer alten Legende im 9. Jahrhundert rettete der Erzengel eine Gruppe Flüchtlinge, die von der nahen Ortschaft von Felline wegen der Belagerung der Sarazenen wegliefen. Die Überlebenden gründeten die Ortschaft Aliste und widmeten ihren Namen ihrem Beschützer. Laut einer anderen Auslegung bedeutet der Name Aliste, das man in örtlicher Mundart Kadiste ausspricht, wunderschön und bezieht sich auf die besonderen Umwelteigenschaften des Gebietes. Einst war die alte Ortsmitte von mächtigen Mauern umgegeben. Es gab auch viele Häuser, die Selbstverteidigungssysteme hatten. Von diesen Gebäuden bleibt heute das Turmhaus übrig, das hinter der Kirsche des heiligen Quentins liegt. Dieses besondere Haus überwachte vermutlich den Zugang zum Gebiet, das heißt zum wehrhaften Ortsmitte von Aliste. Einstieg im Auftrag des ZDF Einstieg im Auftrag des ZDF Sprecher des ZDF